Eins, zwei, sag mal, wie hat der mich eben getroffen? Läuft vorbei, schießt einmal und trifft mich. Ich hab 15 Leben weniger. Was für ne Witznummer ist das denn? Okay. Lol. Äh. Aber ich hab nen Gegner mitgenommen. Ich glaub du hast den, einen, äh, einen aus unserem Team, mich durch den Rücken und dann auch den Gegner. Echt? Ja, aber ich hab irgendwie auch Schaden bekommen. Oh du Hacker.